Wir haben so schöne Berge und so und heuer war so viel Schnee, oder? Also warum soll man da irgendwo hinfliegen, wenn man es eigentlich direkt von der Haustür auch hat? Ich glaube, das ist schon das reine Freeraden für mich. Ich glaube, das ist schon das reine Freeraden für mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020